So, gib her, gib her, ach da wären, da wären Explosionsdinger gewesen. Ach, da ist noch ein Energieknoten, ach ja, ja klar, einfach mal so ein Energieknoten übersehen, ja, ist ja gut. Was haben wir hier, hier geht's wieder, ja, okay. Da übersehe ich einfach einen Energieknoten, hättest du mir auch mal sagen können, Mensch. So, hast du was? Nö, hast du was? Wo ist jetzt dieser Fussball, der da rumgekullert ist? Oh, Moment, da liegt das. Das ist doch so ein, ich muss schon mal, war das das hier? So, äh, Antriebe bereit, bitte Zündung bestätigen, ja, dann bestätigen wir. Ist das nicht gefährlich, irgendwie so ein bisschen? Ich weiss ja nicht, aber... Aufnehmen? Bitte. Muss ich das machen? Ich habe jetzt irgendwas gemacht, ich habe irgendwelche Antriebe gezündet. Anscheinend war das mein Ziel. Das ist nicht gut. Verdammt! Ich werde von hier aus daran arbeiten. Also, kommen Sie zu mir auf die Brücke, Sie können hier mehr erreichen als ich. Okay. Also, müssen wir jetzt zum Monorail. Und das heißt, ist ja schon wieder ein Kapitel um. Meine Güte. Ja, ich möchte speichern. Hm. Äh, was war hier? Ah, hier sind wir gekommen, ne? Jetzt muss ich hier durch. Ja. Oh, Moment. Hm? Wenn wir zurück zum Monorail müssten, dann müssen wir eigentlich hier lang gehen. Ach, keine Ahnung. In dem Fall haben wir hier noch was. Munition. Geld. Warum verlangen die auf diesem Schiff eigentlich immer noch Geld? Ist doch schon Massenpanik hier. Naja, gut, hier ist eh keiner mehr da, um Panik zu schieben, außer ich. Isaac. Isaac. Wo bist du? Ich bin's. Nicole. Okay. Hi, wo bist du? Das ist ja die Kleine vom Anfang, ne? Die, die er eigentlich sucht. Wollt ich mal kriegen. Ich will den nicht aufnehmen. Mein Gott. Was ist denn los? Will ich da nachladen? Ne. Na gut, dann nicht. Äh. Ach, sind wir. Ach, hier sind wir. Okay. Dann, wo geht's zur Monorail? Da irgendwo lang. Oh, Moment, Moment. Zuerst Shop. Ganz wichtig. Moment, ich hab was gehört. Moment. Nicht, nicht, nicht. Ah. Ich hör doch da was. Au. Seht ihr? Boah. Hier ist es angeschlossen, hat der Jungs. Friss den Ripper. Oh, keine Ahnung. Da voll. Boah. Alter. Der Ripper ist aber genial, um irgendwie seine Wut herreißen zu lassen, ne? Boah. Ich hab doch doch so einen Schleimer gehört hier. Boah. Ekelhafter. Da hat mich ganz viel Leben gekostet. Sackes Sicht. Ja, Dead Space. Da, wo die Schimpfhörter in mir hochkommen. Gut. Ähm. Ich hab meine Dinger eingelöst. Dann. Shop nicht. Ich will Inventar mal kurz gucken. Halbleiter Gold verkaufen. Dankeschön. Ähm. Ba 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 bum. Mein Medipack mit, äh, nicht in Safe, weil das setze ich nachher gleich ein, vermutlich. Weil doch, legst du mein Safe. Ich hol mir da ein kleines raus. Wenn ich dabei ein kleines habe. Nö, hab ich nicht. Egal. Ähm. Das war's schon. Okay. Gut. Was könnten wir kaufen? Mh, nichts Tolles. Ja gut. Energieknoten. Für 10.000. Hm. Ich hab noch einen Knoten, seh ich gerade. Soll ich mir den kaufen? Ich weiss nicht. Ne, komm. Könnt ihr mir ja sagen, ob es sich lohnt, Energieknoten zu kaufen. Ich weiss es nicht. Maybe. Ne, nochmal speichern muss ich nicht. Ich geh jetzt geschwind zurück zur Station hier. Genau. Und auf ins nächste Kapitel. Yeah. Kapitel 3. Kurskorrektur abgeschlossen. Das ist schön. Freut mich. Speichern. Ja gut, dann speichern wir jetzt nochmal. So. Annehmen bitte. Ja. Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Okay. Das klingt beängstigend. Was ist das? Kommen Sie. Kendra hatte recht, das. AA-System ist total abgeraucht. Ich brauchte Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Käptens erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Käptens. Ich werde Ihnen später alles erklären. Hammond, aus. Okay. Der macht auch ein bisschen auf. Oh, ich habe hier gar nichts gewusst. Hm, mal schauen. Was ist das? Das AA-System finde ich super. Das AA-System. So würde ich auch ein System benennen. Naja. Attention. The bridge of the USG Ishimura is a secured location. All personnel must pass a security bio scan before entering. Please proceed to the right and wait for instructions from the officer. Thank you for your cooperation. Tentacle fee is back, oder wie? Bitte nicht. Kollege. Ja, du hast es nicht so gut überstanden. Äh. 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 Darf ich hier durch? Oder findest du das nicht so cool? Äh. 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 Das ist nicht so gut, nehm ich an. Isaac, Einschlag auf der Brücke, genau zu deinen Füßen. Ich sehe schwere Schäden, die Eindämmung sollte aber okay sein. Die Lebenserhaltungssysteme sind stabil. Wir müssen jetzt das AA-S zum Laufen bringen. Das AA-System, jaja. Fällt einem so ein Ding rein? Ich glaube, es sagt. So, kommt. Wir machen Geld. Sehr schön. Was haben wir hier? Haut gelohnt. Rücken. Kommt. Wir sind jetzt an Bord gegangen. Wiederhole. Sieht an Bord. Wir werden angesetzt. Was zum Teufel sind das für Kreaturen? Die haben schon fast die gesamte Denkmannschaft umgebracht. Wir brauchen hier dringend Sicherheitsverstärkung. Warum müssen nicht? Wir können sie nicht lange zurückhalten. Ja, Kollege. Äh. Du bist im Arsch. Wollte ich dir nur mal mitteilen. Wird das so komisch? Ist da was? Nö. Wir werden hier die ganze Zeit von irgendwelchen Asteroiden beschossen. Jetzt müssen wir um. Um, um, um. Äh. Wie fehlt das Wort? Schleunig bewegen. Äh. Bewegen. Ja. Bewegen. Bewegen wir die Asteroiden einfach wo an? Alleswohin? Ich glaube, da kam es mal so ein Zitat von Patrick aus SpongeBob. Äh. Warum nehmen wir nicht, äh, irgendwie Bikini-Port hin und schieben es woanders hin? Oh, ja. Noch eine Speichestation. Ja, gut. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich so viel speichere. Da habt ihr es. So. Speichern. Das dauert zum Glück nicht lange. So, wo sind wir hier? Äh. Cockpit des Captains. Achtung, Schwergebieten. Ja, nicht für mich. Ich gehöre, ich, ich bin der Captain. Jetzt runter, ins Ungewisse. Und da liegt ein Schema. Anzug Level 3. Oh. Anzug Level 3. Was ist das hier? Kann man reingucken. Ähm. Soll ich mir den Anzug kurz holen? Ich weiss nicht, was da drin auf mich erwartet. Cockpit des Captains. Das klingt schon, klingt schon gefährlich. Da musste was kommen. Ich geh nochmal hoch zum Shop. Sorry, Leute. Aber wenn ich da einen Anzug hingeworfen bekomme, dann will ich den schon mitnehmen. So. Wo war der Shop? Der war irgendwo da hinten. Bin ich überhaupt durch? Das ist rot, verschlossen? Oder? Ist das blöd? Ah, hier geht's. So. Okay. Nix gesagt. Da ist er da schon. Sehr gut. Aber gut, dass ich mir keine Energieknoten gekauft habe. Dann kann ich mir den doch sicher leisten mit meinen Credits. Glaub ich 30.000. Wie viel kostet der? Und ich glaube, 30.000. Na gut, ich hätte mich trotzdem leisten können. Aber egal. Kaufen. Ja. Oh, er zieht ja sicher nicht so stylisch um. Die. Zieh ich aus, Isaac. Zack. Wupp. Ja. Ah. Okay, ich sehe keinen grossen Unterschied Na gut Hat irgendwie so ein paar mehr Rippchen bekommen da Diese An den Armen und was auch immer Da diese komischen Panzerarme da Rippchen Zeugs, Gedöns Diese, ja, ihr wisst doch was ich meine Aber sonst sehe ich keinen grossen Unterschied So, da wollen wir mal schnellstens Zurückspringen Und ins Cockpit Des Captains So, dann habe ich dafür Kann auf jeden Fall noch nachladen So Und eintreten Ach, das ist der Hammond, heißt er ja Aber jetzt weiß ich, wie er heißt Der Hammond ist da, stimmt Sorry Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen Hören Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was Das hier sollte eine Reparaturmission sein, ganz easy Das Chaos, da ist das Asteroidenabwehrsystem Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber Sie müssen die Energie manuell über mindestens drei Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brückensecurity Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen Okay Ach, übrigens Isaac Sagen Sie vorsichtig Ich habe da was gesehen Ich habe keine Ahnung, was es war Ich habe es auch nur kurz gesehen, aber Das war riesig Gewaltig Na, vielen Dank Was riesiges, gewaltiges Brrr Stase Okay, wir müssen die Energie umleiten auf die Primärkanone Für das Abwehrsystem Oder irgendwie so Aber scheinbar ist es nicht so einfach, wenn da ein riesiges, gewaltiges Ding auf uns wartet Zurück Ich dachte, der wäre tot, als er die Kapsel verriegelt hat Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so Was? Was war? Was? Zurück? Hä? Was ist das für die Kapsel gesteckt? Sind das die Kapsel? Hä? Egal Auf geht's Oh, ich muss erhoben So kann ich nicht Hey, Brotkrum Oh, meine Brotkrum Ja, okay Gut Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was er sagen wollte So, wo muss ich lang Da irgendwo Ach, jetzt darf ich durch die Tür Oder auch nicht Och, hä? Ist doch verschlossen Oh 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 Alter Alter Boah Brenn weg Was ist das für ein Viech? Boah Oh Rücken, Rücken Okay, Rücken Wie komme ich an den Rücken? Das Viech dreht sich doch nicht einfach so um So, ganz lustig Und so Oh Gott, da ist es Da ist es Nein, das Wirkst mal auf dem Plasma-Kater Leck mich am Arsch, ist da Einfach ein Bossfight Wie soll ich denn an den Rücken kommen? Alter Oh, gibt es jetzt vielleicht Nö Doch, da Aber das Gelbe dran ist Das kann ich nicht nachdenetzen Oder? Ja, es fließt zumindest Blut Das sieht schon mal gut aus Wo soll er jetzt? Oh, Geiser Hab nichts gesagt Ganz easy Ganz easy Oh, immer ruhig Alter Wage-Modus Renn, Eise Kommst du dich ein bisschen schneller rennen Was ist das für eine Flasche? Komm Alter Äh Oh Ich muss wirklich ein Rücken schießen Ich sag, komm jetzt Was ist das für ein Rücken? Doch Okay, das war Pallon Komm, warte Ab Los Ich glaube das hat funktioniert Der hat irgendwie kurz Pause gemacht Ich weiß nicht, ob ich Das richtig gemacht habe Dass ich dann einfach drauf geschossen habe Ich nehme mal an Solange Blut spritzt Ist alles in Ordnung Oh, ein Arm ist ab Das gefällt ihm nicht so, ne? Quarantäne aufgehoben Okay, ich glaube das ist das Zeichen, dass er tot ist Hi Credit Bewegt es nicht mehr Ja gut Okay Äh Alter, ist das von hässlich ist es Boah, ist mein Bosskampf hier Huch Also ich hoffe mal, dass das das große Ding war Den hat was noch größeres Hätte ich jetzt keinen Bock Isaac Mach uns wieder kurz Hä? Mit Wer war das? Hi Mir geht's gut Und hier Oh, das ist eine Werkbank Äh, was ist das? Ne, 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 Moment Moment Erst hier Kurz rumwerkeln So, hier Credits Und hier haben wir noch mehr Credits Und hier haben wir Den Pulsdinger So, wer kann Wie viele Knötchen haben wir denn hier zur Verfügung? Zwei Okay, damit lässt sich doch mal arbeiten Ich habe ja gesagt Ich baue die Stranken ohne weiter Wenn ihr mir kein Feedback gebt Ähm, dann mache ich das mal Weil ich finde die eigentlich ganz nett Der hat einen breiten Strahl Passt Kapazität Nachladen Ist beides nicht so schlecht Das ist Min Damit wird ihre Mine um 5 Punkte erhöht Was ist denn eine Mine? Okay Hm Ich mache mal Kapazität Und Nachladen Ja So Das klingt doch gut Alles klar Kann ich nachladen? Ja Natürlich So Dann wächst ich mal wieder auf den Mal aufs Impuls Kann ich mich nachladen? Nö Äh, Moment Ich muss ja das Dingens hier aktivieren Und da Aufstiegs Hummens Dingens Atriumaufzüge sind jetzt online Dankeschön Brunch of zu Weil wir eine neben und vieleUNGare haben können. Im schweren